BODY CUSTOMIZE Ach nice, wir haben hier eine Ammo und können hier verschiedene Sachen machen. Quill kaufen. Okay, Ammo. Irgendwas verkaufen. Long Shirt. Nichts kaufen oder verkaufen? Kein Druck. Ist ja nicht so, als müsste ich eine Familie ernähren. Okay, dann ich. Ähm, kann ich ihn helfen? Äh, als ob ich auf der Drauf stehe. Hä, funktioniert das? Was? War ich bei dir drin? Nee. Ich stehe einfach mal hier auf so einer Person drauf. Okay, was haben wir denn hier noch so schönes? Eine Wiese. Okay, okay. Was haben wir denn hier noch so? Boah, sieht das aber geil aus hier, ey. Haben wir. Das läuft zumindest in der Koop-Session drin, ne? Okay. Aber du wirst es nicht, ne? Nee. Ähm. Ja. Ähm. Ja. 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 Ja, ja. Da ist ja, der wunderschöne Gehirn. wir machen jetzt fettes Chaperunner easy, easy okay, wir müssen hier mal ein bisschen weiterkommen der streift sich einfach so bei diesen Spitzen rüber geht auch so keine Ahnung, egal okay wer lacht, die ist dumm okay, wir müssen hier nochmal hin okay, dann gucken wir hier nochmal hin okay, dann gucken wir hier nochmal hin wir wollen auch gar nichts sellen wollen wir das sellen, können wir sellen, ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung, was ist das, ich weiß was ich tue und ich mach mal accept, fertig ich hab keine Ahnung spielt sie überhaupt noch? mhm okay okay okay, ich hab jetzt Ah, hier kann man dann schön schlafen okay okay oh, jetzt ist es Abend zu der Nacht oh, wie geil sieht das denn aus wow okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen kurzen Cut und dann, äh, sehen wir uns wieder, äh, wenn wir herausgefunden haben, wie wir dann hier, ähm, zusammen spielen können ja ja okay dann, äh, bis gleich tschau weil du bist noch einmal den Mond am Ende sehen und dann müssen wir da wieder mit der Sonne starten mega geiler, übergang geiler und tschau herzlich willkommen zurück zu Far Cry zu Far Cry, genau wir haben gerade gesehen, wir können Koop starten hier, ich zeig mal eben mit M haben wir hier die Karte aber noch nicht jetzt genau und hier können, Koop ist halt noch nicht available wir müssen dann noch ein bisschen weiterspielen okay ich würd sagen, wir gehen mal hier ein bisschen hoch wir müssen nämlich hier ach, das sind Trade-Punkte okay, dann geh ich mal jetzt hier lang weil hier ist dieser Punkt, wo wir als nächstes hinsollen wir sollen ja jetzt nämlich so eine bestimmte Farm bei einer Farm, äh, arbeiten weil wir ja gesagt haben, dass wir da gerne mithelfen würden und dann würd ich sagen, fahren wir da mal hin, ne? ja, komm also, das ist freiwillig kriegen wir easy hin, alle ja, brauchst du mir nicht sagen, drive and shoot, das ist easy ich krieg das locker hin, ne? war da grad irgendwas mit Ruingsuit? da war irgendwas mit Ruingsuit, ne? ja, man, Ruingsuit benutzt mich ja, wir gehen jetzt kurz alter, wie nice ok, easy ok, easy speed super speed oh oh helfen müsste aber da oben rum so gehen wir mal hier lang das game sieht zu warm, hagel aus von der Waffe, ne? ja ja ich hab' gesehen, im Koop behalte ich auch meine Waffen, die ich im Koop, äh, meinem ok meine Kampagne überhaupt gut, dann fahren wir jetzt mal da oben hin, mal schauen, ob wir das hier durchschaffen ok, der speichert irgendwas ah, hier ist die Farbe ah, hier ist die Farbe gehen wir mal hier runter und jetzt und jetzt? hallo? ist hier jemand? sollen wir jetzt hier Schweine jagen? wahrscheinlich ok oder können wir hier irgendwo rein oder mal anklopfen? vielleicht ist hier jemand? hallo? hallo? ah, wir können die Verlauf wieder aufsammeln ok, ich bin noch mal kurz weg, ne? ja, du bist gleich aber dann legst du ihn nicht auf, ok? eben einfach ne 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 ich bin einfach noch kurz weg gut auf, auf, auf them dann then then for you, ok the Golden Path owns you a lot and i'll not forget the sacrifices of previous generations okay, anscheinend möchten diese irgendwo, äh, möchte dem, äh, hier, der, der das gehört hier gerne helfen weil der hier sehr viel für den goldenen Vater bedeutet Ah, jetzt ist hier jemand. Hello. Hello. Okay, anscheinend geht das nicht. Hier glitzert noch irgendwas hier hinten. Was soll ich denn jetzt machen, Oma? Was soll ich denn jetzt machen, Oma? Ah, geht's jetzt? Fuck. Ähm, Amita schickt mich. Entscheint haben Sie... Irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Okay. Komm, wir vielleicht noch... Nein! Ich will den Pfeil doch wieder abwenden. Okay, vielleicht hat sie hier auf der Farm irgendwas, was sie brauchen könnten. Okay. Easy. Hier ist die Sachen, gehen wir mal hier los. da vorne ist doch was so 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 Haben wir das Messer gar nicht mehr? Oh, davon ist der Wolf. Oh, äh, ich glaube, das Messer haben wir doch noch. Ich glaube, es gibt noch ordentlich Wölfe. Wölfe zu töten. Davon ist der Bau. Da unten ist ein Wolf. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal hier hin. Okay, okay, anschleichen. Anschleichen, anschleichen. Wir sollten vielleicht lieber runtergehen. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.